So, hier haben wir den Poet und sein Brüderchen Plato. Hallo, hallo, hallo. Die beiden suchen dringend noch ein Zuhause. Die sind einfach jetzt alt genug, um hier rauszukommen. Haben Energie, wollen ausgelastet werden und genau, sind bereit. Stimmt's ihr Mäuse? Ja. Die sind hier in der gemischten Welpengruppe mit Xanthus, Xian und Xeno. Die sind unterwegs und das klappt auch echt super. Aber trotzdem ist einfach jetzt die Zeit, dass die was eigenes bekommen und hier rauskommen. Komm her. Na, Poet? Ja. Beide echt richtig liebe Kerle. Aufgeschlossen, offen mit anderen Hunden, offen zu Menschen. Stehend. Ja. Komm her. Du-duh-dudi. Du-duh-di. Du-duh-di. Vielen Dank.